Hallo, ich bin Patrick von Boxbike. Ich zeige euch heute das Broken Black Edition in der neuen, dritten Version und zeige euch, was die Besonderheiten dieses Jahr sind. Dazu müssen wir das Rad erstmal kurz auseinanderklappen. Das geht bei der Broken sehr viel aus. Und was jetzt dieses Jahr neu dazugekommen ist, ist der Nabendynamo, auch in schwarz. Dann der Gefäckträger, der ist jetzt in der neuen 2017er Version, der ein bisschen stabiler geworden ist, besser verschraubt ist und hier oben das Logo jetzt eingeprägt ist. So, nach wie vor, wie bei der Black Edition, sind die Kurbeln, Felgen, Sattelstütze, Vorbau, Lenker und auch die Vorderfelge in schwarz und auch die neuen 2017er Rollen. Und was jetzt am 2017er Modell noch besonders ist, ist jetzt der neue M-H-Lenker. Das heißt, die hat einen viel kleineren Winkel und der Vorbau ist jetzt etwas länger als bei dem üblichen Modell. Dadurch wohnt das natürlich etwas sportlicher insgesamt. Und was bei uns bei dem Modell noch mit dabei ist, sind die neuen Schaltgriffe. Das heißt, hier kann man jetzt die Dänge schalten und man sieht automatisch gleich den richtigen Gang. Hier drüben genauso bei der 2-Gang-Version kann man Plus und Minus wählen. Das funktioniert richtig gut und das ist hier oben noch die Klingel mit an dem Bremsgriff mit dran. Und alles kompakt mit an der Bremse, dass man hier vorne jetzt auch einen breiteren Griff nutzen kann, der mit 130 Millimeter Breite benutzt werden kann. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns im Laden vorbeikommt und eins eurer Wahl bei uns ausruft.